Wie wir aus der letzten Einheit wissen, versteht man in der Physik die beiden Informationen Tempo und Bewegungsrichtung eines Gegenstandes als dessen Geschwindigkeit v. Wie bestimmt man das Tempo des bewegten Gegenstandes? Eine Tempoangabe von 80 kmh bedeutet, dass das Fahrzeug in einer Stunde 80 km zurückliegt. Wenn man 160 km zurücklegen möchte, braucht man bei einem Tempo von 80 kmh 2 Stunden. Das Tempo kann mittels folgender Formel berechnet werden. Das Tempo ist die zurückgelegte Strecke dividiert durch die dafür benötigte Zeit bzw. V ist gleich Delta S durch Delta T, wobei V für Velocity, S für Space und T für Time steht. Wir wählen einen Start und einen Endpunkt, zwischen denen wir das Tempo bestimmen wollen. Das Symbol Delta steht für den Unterschied bzw. die Differenz zwischen Anfangs- und Endort bzw. Anfangs- und Endzeit. Beim Tempo verzichten wir auf den Pfeil über der Geschwindigkeit, da wir nur das Tempo bestimmen wollen und die Bewegungsrichtung für das Tempo nicht ausschlaggebend ist. Das Auto legt auf der hier aufgebauten Autorennbahn drei Runden zurück. Mittels Stoppuhr messen wir die dafür benötigte Zeit. Die Länge einer Runde beträgt 2,5 m. Das Auto benötigt für drei Runden ca. 10 Sekunden. Das Auto fährt daher mit einem Tempo von V ist gleich 7,5 m dividiert durch 10 Sekunden. Das ergibt ein Tempo von 0,75 m pro Sekunde. Das Tempo ist hier in m pro Sekunden angegeben. Um das Tempo in kmh umzurechnen, überlegen wir uns folgendes. Wenn wir uns mit einem m pro Sekunde bewegen, legen wir in einer Stunde 3600 m zurück. Das entspricht 3,6 km pro Stunde. Somit können wir das Tempo in m pro Sekunde einfach mit 3,6 multiplizieren und erhalten ein Tempo von 2,7 kmh. Im Auto haben wir zur Anzeige des Tempos den Tacho. Dieser gibt das momentane Tempo an, mit dem wir zu diesem Zeitpunkt fahren. Wenn wir die Strecke Graz-Wien zurücklegen, so erhalten wir mittels eines Routenplaners eine Strecke von 198 km und eine voraussichtliche Fahrzeit von 2,1 Stunden. Damit ergibt sich ein durchschnittliches Tempo von rund 94,3 kmh. Wenn wir diese Strecke tatsächlich fahren, bemerken wir, dass sich das momentane Tempo ständig ändert. Während im Ortsgebiet nur 30 bis 50 kmh erlaubt sind und es durch Ampeln auch zum Stillstand kommen kann, kann das Tempo auf der Autobahn bis zu 130 kmh betragen. In diesem Diagramm sehen wir in schwarz das momentane Tempo meiner letzten Fahrt zur Arbeit. In hellblau wird mein Durchschnittstempo von 69 kmh eingezeichnet. Während das momentane Tempo stark variiert, hätte ich dieselbe Strecke in der gleichen Zeit zurücklegen können, wenn ich konstant mit 69 kmh gefahren wäre.